Börsencrash, Krise, war da was? Die Märkte, die steigen weiter, denn in Brüssel hat man auch nochmal Milliarden Geschenke verteilt, auch an die schwachen Italien oder Spanien. Kann diese Euphorie so weitergehen? Ich denke, im Herbst könnte das relativ übel werden für viele Menschen und wir werden wahrscheinlich die echten späten Folgen der Corona-Krise erst dann wirklich sehen. Wir schauen auf die Chancen beim DAX, zudem haben Tesla und Daimler Zahlen vorgelegt und die Analysten, die sehen eine Longchance für Pfizer und SAP. Das ist Inside MarketsX, ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Eine Börsenweisheit sagt, die Hosse stirbt in der Euphorie. So gesehen dürfte die hohe Zahl der Pessimisten ja für eine Fortsetzung der Rally an den Märkten sprechen. Der DAX ist in dieser Woche wieder deutlich über die Marke von 13.000 Punkten gegangen und ist vier Monate nach dem Crash nicht mehr weit weg von alten Rekorden, die wir vielleicht sogar noch im Sommer sehen könnten, auch wenn einige Experten da noch recht kritisch sind. Also die, die investiert sind, sollten eigentlich investiert bleiben und dann kommen wir auf den einen Punkt schon nochmal zurück. Vielleicht Gewinne absichern in dem Rahmen, in dem man sie hat, denn es ist durchaus möglich, dass der DAX nochmal hier abtaucht und es dann auf der anderen Seite für die, die noch nicht investiert sind, dann die Möglichkeit gibt, hier in den Markt einzusteigen. Also ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir noch die Möglichkeit bekommen, günstiger in den Markt einzusteigen als im Augenblick. Bei ihrer Sondersitzung kritisierten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments die europäischen Staats- und Regierungschefs für ihren Haushaltskompromiss, den sie gerade erst aufgestellt haben. Die Abgeordneten fordern Nachbesserungen. Das Europaparlament will erst einmal Stopp zum Haushaltspaket sagen. Ziel ist es, mehr Geld für Klimaschutz, Forschung, Gesundheit und Studenten herauszuholen. Wir schauen jetzt mal auf Unternehmen. Elektroautobauer Tesla hat Zahlen vorgelegt. Unterm Strich konnte das Unternehmen von April bis Juni 90 Millionen Euro Gewinn verzeichnen. Im Vorjahr hatte es noch einen hohen Verlust gegeben. Trotz der ungewissen Lage angesichts der erneuten Corona-Eskalation in den USA, hält Tesla weiter an seinem ambitionierten Ziel fest, 2020 über 500.000 Autos auszuliefern. Im gleichen Zeitraum fuhr Daimler einen Verlust von 2 Milliarden Euro ein. Fast ein Drittel des Umsatzes brach weg. Vor uns liegen herausfordernde Monate und Jahre, sagte Vorstandschef Kalenius am Donnerstag. Wie viel, wie genau und wen die Sparbemühungen treffen, ließ er allerdings noch offen. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern wollt, dann meldet euch jetzt an für die kostenlosen Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Ihr könnt bequem von zu Hause dran teilnehmen. Die nächsten Termine sind der 29. Juli. Chancen in der Börsenkrise. Portfolio-Manager André Stagge präsentiert drei aktuelle Strategien. Am 14. August Börse für Einsteiger und Investmentstrategien für verschiedene Anlegertypen mit Wolf Dreistein. Und am 30. September erfolgreich handeln mit Bluestar, dem Trendfolgesystem mit Ronny Bürger. Er zeigt euch, wie ihr Bluestar richtig anwenden könnt. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch euren Platz unter trading-hauspunkt.de Und wir schauen nun auf die Top-Aktien-Empfehlungen der Tradinghouse Börsenakademie. Zuerst Pfizer, das Unternehmen profitiert ja von Impfstoffbestellungen. Die beiden Biotech-Unternehmen BioNTech und der US-Konzern Pfizer profitieren von mehreren Bestellungen eines in der Entwicklung stehenden Impfstoffes gegen das Coronavirus und haben erste Lieferverträge abgeschlossen. Zu den Kunden zählen neben Großbritannien jetzt auch die USA. Die Pfizer-Aktie profitierte in dieser Woche von einem Kurssprung direkt an den Horizontalwiderstand bei 38 US-Dollar. Für ein mustergültiges und auf mittelfristiger Basis eindeutiges Kaufsignal müsste aber erst diese Hürde überwunden werden. Dann wären weitere Gewinne bis 44,51 Dollar möglich. Und wir schauen auf SAP. Das Aufwärtspotenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft, sagen die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie. Das Wertpapier des deutschen Vorzeigeunternehmens- und Softwarekonzerns SAP führt immer wieder die DAX-Gewinnerliste an. Die Konsolidierung der letzten Tage im Bereich der Anfang des Monats etablierten Höchststände könnte mit weiterem Kaufinteresse schon bald beendet werden. Die Analysten sehen eine Longchance. Das Sprungbrett von 140 Euro hat die SAP-Aktie in dieser Woche per Tagesschlusskurs überwunden, wodurch weitere Zugewinne von bis zu 147,49 Euro ins Visier der Investoren geraten könnten. Tendenziell halten die Bullen gute Karten in der Hand, was das aktuelle Kursniveau mehr als beweist. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt mir einen Like, einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Tradinghouse Börsenakademie.